So, Hallöchen, ich habe noch ein Haul für euch und zwar habe ich hier noch eine Tüte, ich glaube hier ist hauptsächlich Beauty drin, gleich kommt aber noch sie in und ich schaue mal einfach wie ich durchkomme. Ich beeile mich, ich fange an, ich greife einfach so wie es in meine Tasche kommt. Taft Power Styling Gel, Stärke 5, ja, kann man mal sagen, würde ich sagen, mag ich persönlich nicht so, weil ich finde das ist nicht Stufe 5. Das einzige, was ich richtig krass finde, ist von Gottobi das Gelbe der Kleber oder das Schwarze der Superkleber, aber mein Mann nutzt das gern, von daher warum nicht. So, dann habe ich mir hier ein Dresdner Essenz Schaumbad geholt und zwar ist das Aroma Booster mit ätherischen Pinien, Zypern und Zedern Holzöl, mal gerade riechen. Ja, das riecht wie so eine frisch geputzte Toilette, zumindest riecht meine Toilette so, wenn die frisch geputzt ist, aber es ist schön. So, dann habe ich dieses Deo mir gekauft und das habe ich mir 5 mal oder so gekauft und habe es auch noch 3 mal auf Vorrat. Das ist vom DM, heißt Golden Moon und es riecht sehr sehr ähnlich dem Hypnotic Poison Parfum, also wirklich sehr sehr ähnlich, bei weitem bestimmt nicht identisch, aber sehr sehr ähnlich und deswegen finde ich das einfach toll. Ja, hält jetzt nicht ultra lange, darunter benutze ich immer Deos Dick, weil so richtig, ja, so richtig gegen Schweiß schützt es nicht, ne, also ich sprühe das mir immer nur so ein bisschen an, so als Body Spray. So, dann habe ich mir die hier gekauft, Balea haut rein, feuchtig, äh Fruchtsäure Peeling und Pflegemaske. Wir haben zwei Sachees, aber es ist eine komplette Anwendung, man macht erst das Fruchtsäure Peeling und dann noch die Pflegemaske. Genau, dann habe ich hier ein Duschbad, ein, ja, ich kaufe mir halt gerne so kleine Packungen, weil es gibt die halt meistens nicht in groß. Ähm, das ist halt, das ist die Scheiße, die machen halt enorm viel Geld hier mit den Dingern, weil die kosten 1 Euro und hier so ein großes kostet dann vielleicht 3 Euro in so einem großen Sinn, da war, was weiß ich, 7 Vollbäder drin, hier circa 14 Vollbäder für 3, 4 Euro und hier kostet 1, 1 Euro, ja, ist natürlich ein riesen Preisunterschied, aber was bringt es mir, ich gehe ja nicht oft baden und dann will ich halt auch mit einem Duft baden, den ich geil finde, ne, auf jeden Fall hier Badesalz für dich mit Mandeln, Milch und Blüten, ist hier irgendwo eine Duftprobe, ja, lecker, so ganz neutral, halt ein bisschen milchig, blumig, ähm, das weiß ich noch nicht, ob es bei mir bleibt oder ob das in eine Tauschpost kommt, und weil da eben auch für dich draufsteht, ist halt immer was Süßes für eine Tauschpost, ne, wollen wir uns nichts vormachen, jeder freut sich, jeder mit Badewanne freut sich in einem Ü-Paket oder generell in einer Tauschpost, wenn da was zum Baden drin ist. So, hier haben wir nochmal einen Taft und zwar heißt der ist auch Superkleber, ne, Sofortfixierungkleber halt, das ist die Stärke 14 von 15 und das fand ich halt so interessant, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich benutze eigentlich immer nur das Gottobee Superkleber oder Kleber eben und deswegen wollte ich mal gucken, ob das hier den Konkurrenz macht, einfach nur mal zum Testen und damit ich, weil ich noch nicht genug habe, auch noch ein Taft Ultra Styling Gel, Ultra Stärke 4, weil, ähm, ja, manchmal hat man Haare oder manchmal hat man Frisuren, da braucht man nur normales Gel, manchmal hat man Frisuren, da braucht man wirklich etwas, was sehr gut fixiert und klebt und ja, abgesehen davon benutze ich diese Gele aber auch nur, wenn ich wirklich ganz krasse, dämliche Frisuren haben will oder für meinen Mann eben. Ich selbst benutze immer von Gottobee, ähm, diese Strandmatte, das ist nämlich eine Matte, eine Mattepaste, die ist wie Kaugummi, riecht auch ein bisschen wie Kaugummi und das kann man immer wieder umstylen, ähm, ist halt leicht glitschig auf den Haaren, aber ist matt und das mag ich doch sehr, muss ich sagen, von daher sind das sowieso auch nur Käufe, ja, und vor allen Dingen, ich bastel halt auch viel mit Gel, also nicht viel, aber ab und zu rühre ich mir meine Glitterpaste an, ne, so, dann haben wir hier noch Balea, Parfüm Deodorant Pink Blossom, ich muss mal gerade riechen, das kenne ich nämlich nicht, ja, das riecht wie so billige Parfüms aus dem Tee, ja, doch, kann man nutzen, aber riecht quietschig billig. So, dann habe ich hier noch ein Schaumbad und zwar haben wir hier Keep Calm and Take a Bath und zwar, ähm, ist das mit ätherischem Lavendelöl, westindischem Sandelholz und Vanilleextrakt, also ich schätze ja, dass das hier halt so ein, in Anführungszeichen, Erkältungsbad ist, eben wegen den Pinien und so Zeug und das hier ist halt so ein Schlafgutbad, weil da eben Lavendel drin ist, ne, aber ist auch schon ein bisschen ausgelaufen. Ja, das ist ein typisches Gute-Nacht-Bad, ist hier auch blau, ja, also ich verbinde das zumindest immer und die meisten Erkältungsbäder, muss ich mal gerade zur Seite tun, gleich sauber machen, die meisten Erkältungsbäder sind halt irgendwas mit Holz, Pinien, Eukalyptus und so und die meisten Schlafgutbäder ist halt Lavendel, ist halt so, müssen wir uns nichts vormachen. So, dann habe ich hier noch das Deodorant und zwar ist das Pure Elegance, davon habe ich auch Trockenshampoo, ich finde den Duft jetzt so lala, der riecht wie so ein billiges Oma-Parfüm, also nix gegen Oma-Parfüms, ne, meine Lieblingsparfüms sind ja eh diese stärkeren orientalischen, aber das hier ist halt so ein billiges Oma-Parfüm, wisst ihr, so, ja, also das hier ist so ein billiges Teenager-Parfüm, würde ich sagen und das hier ist so ein elegantes Parfüm halt, ne. So, dann haben wir hier noch eins, das ist ein Deo Body Spray Make-A-Wish mit dem magischen Duft nach Sternzhauber. Ja, da war ich tatsächlich auch mal ein Verpackungsopfer, weil mir hier das Häschen total gut gefällt. Ich meine, was soll ich danach mit dem Ding machen? Sternzhauber. Das riecht wie eine vollgekackt Windel mit oder wie so ein Baby-Pupo, der gerade mit Puder eingepudert wurde. Ja, wirklich, ohne Scheiß, das riecht wie so, habt ihr mal, wart ihr mal bei einem Baby dabei, was gepudert wurde, wo noch so ein leichter Ahrgeruch im Raum schwebt, wo dann noch so mit Ahr und Puder, also wirklich ohne Scheiß, finde ich jetzt, so riecht das. Also ist jetzt nicht unangenehm, aber es gibt auch leckeres, leckereres. Hier haben wir noch mal die Maske. Dann habe ich hier ein Oibus Urea Intensivcare von der Apotheke geschenkt bekommen, das ist eine Handcreme und ich muss ehrlich sagen, die ist saugeil, weil ich habe zwei Stück bekommen. Die ist saugeil und ich, das sage ich, und ich hasse Handcreme, aber die zieht direkt ein, man hat auch direkt glattere, glatteres Gefühl und ja, finde ich geil. So, da haben wir noch mal ein Bade, Badekristalle. So sehen die aus, Badekristalle. Und zwar mit dem Duft nach Honig und Lilien. Geil, das bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich liebe Honigduft, liebe ich auch. Neben orientalisch liebe ich Honig. Das war kein Fritz, das war der Stuhl. So, dann haben wir hier noch ein Bade-Puder mit Schaum. Da gefiel mir halt das Muster auch sehr gut und deine Auszeit. Und ich muss gestehen, ich glaube, die Balea-Produkte waren an dem Tag im Angebot, die waren sie 10 Cent oder so billiger und deswegen habe ich da einfach mal alle mitgenommen, die sie da hatten. Das ist mit dem Duft von Tahiti, Garrenia und Hibiskus. Hier haben wir hier Duftprobe. Hier ist keine Duftprobe. Ich denke mal, weil es ein Puder ist. Weil es ein Puder ist. Und da haben wir noch einen. Make-A-Wish Badesalz. Ja, und das hier werde ich wiederum, ja, ihr haltet mich für bekloppt, aber das schneide ich mir aus, dieses Motiv. Und das riecht auch nach Sternzauber. Ja, da rieche ich jetzt nicht viel, aber ich habe ja das Deo und diese ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es gibt auch Besseres. Da, da, ich wusste es doch. Da, das nutze ich immer. Die Strandmatte. Mattpaste. Und für super Looks. Und ich wusste, ich wusste, ich habe mir eine neue gekauft. Ich wusste aber nicht, ob ich die schon versäumt habe. War mir aber auch egal, weil meine ist aktuell noch halb voll. Und so sieht die Pasta aus. Und die ist auch hier, die hat so eine richtig schöne Konsistenz. Oh, und dieser Duft. Ich liebe diesen Duft. Der ist weder männlich noch weiblich. Aber, und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann. Also, es klebt jetzt erstmal nicht extrem. Es ist halt ein Haarwachs. Wisst ihr, man kann auch die Haare dann immer wieder umformen. Und es ist halt eben matt. Diese Gele, die sind ja immer dann, das sieht aus wie fettige Haare. Das ist widerlich teilweise. So, ich hole mal hier gerade die Einzelartikel. Ihr seht es schon, weil jetzt kommt auch ein bisschen Schminke. Und hier, was für ein Wunder, wir haben das Lila Shampoo nochmal. So, und ich habe auch ein bisschen Schminke gekauft. Schminke. Und zwar hier Catrice. Ihr müsst unbedingt den Film Goldfische gucken. Das ist witzig. Da wird nämlich der Axel Stein, der spielt da einen Autisten, der wird da geschminkt und sagt immer, ah, ich bin Schminke, Schminke. Das war echt cool. Dieser Film, mega geil. Ja, das ist ein wunderschönes Blau. Es fühlt sich sehr schön an. Und es ist auch sehr schön. Und ich habe mir das hauptsächlich mitgenommen. Also, ich habe früher, ne, ich habe ehrlich gesagt von blauen Augen noch ein früheres Kindheitstrauma, weil bei mir war es eben, dass man das Blau bis zu der Augebrau getragen hat und sah aus wie Flitsche. Deswegen, ich würde mir jetzt nie wieder blaue Augen schminken. Und wenn dann auch extrem knallig, muss aber zum Outfit passen. Warum ich den hauptsächlich mitgenommen habe, ist, der hat halt, den kannst du super gut toppen, als Topper-Ding benutzen. Und wenn man den dann verreibt, dann ist der auch gar nicht mehr so blau. Aber wenn ihr zum Beispiel Lila Augen habt, boah, Lila hat auch so eine schreckliche Farbe. Ne, aber den kann man gut kombinieren und wo drüber machen. Ähm, genauso wie den. Und ich muss euch ehrlich sagen, eigentlich wollte ich diese Monolidschatten ja eigentlich nicht mehr kaufen. Ich habe ja gesagt, ich möchte die nur noch kaufen, wenn es ein schöner Bären-Ton ist oder Gold, Bronze, Silber oder so Zeug. Ja, aber irgendwie sammelt man die dann doch. Weil man denkt sich immer irgendeine Methode aus, um die dann doch irgendwann zu verwenden. Und, ähm, ja, und die fand ich halt auch schön, diese Farben. Da fehlt tatsächlich jetzt noch ein Lila. Wobei, ich glaube, ich habe ein Lila, aber nicht von Catrice. Auf jeden Fall, ha, eigentlich habe ich diese Töne auch schon. Es gab mal eine Limited Edition, die hieß Polar Nights. Die gab es im Rossmann. Da sind eigentlich fast die gleichen Töne drin. Aber, aber, weiß nicht, stark mich tot. So, hier haben wir aber zum Beispiel, das ist halt so ein Exemplar für Monolidschatten, den ich auch unbedingt haben will und brauche. Und zwar ist das Rusty Ruby. Und das ist halt so ein richtiger Farbton, wie ich sie halt gerne habe. Ich habe immer Angst, wenn man die hier so aufmacht, dass man dann abrutscht mit dem Fingernagel und da rein und alles aufschürft. So, und das ist halt ein Wunder, Wunder, wunderschöner Ton, ne? Ja, dieses, der Schwanenhals, der ist nicht so stabil wie der alte. Und sobald man drankommt, ist es am Wackeln. Guckt mal, wie wunderschön dieser Farbton ist. Und ja, wie gesagt, das sind neue Farben von Catrice. Die habe ich auch aus dem DM, also die sind nicht im Onlineshop gekauft. Das heißt, die werdet ihr auch noch bei euch, denke ich mal, haben. So, und dann habe ich mir noch hier einen Catrice-Nagellack mitgenommen, weil wenn ich gerade mal keine Gel-Nägel habe, das ist jetzt echt lange, voll, also es ist echt jetzt noch mal, das sind übrigens immer noch Henner-Reste, ähm, ja, seit langer Zeit habe ich tatsächlich mir noch mal Gel-Nägel gemacht. Einmal rund, einmal eckig, weil ich gucken wollte, was schöner ist. Aber ich sitze halt immer drei Stunden dran, ne? Mit Verlängerung, mit, 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 ähm, Schablone, sitze da halt lange dran. Deswegen war es mir halt immer zu viel Arbeit. Und neben der Arbeit, ich muss hier aufräumen, übel im Bastelzimmer. Ey, wer hätte es gedacht, es ist fast fertig aufgeräumt. Geil. Und ja, aber wie gesagt, wenn ich mal keine Gel-Nägel habe und Bock auf Nagellack habe oder generell, dann benutze ich hier so unauffälligere Farben gern, weil, ähm, ich habe manchmal dann noch einen abgegessenen Nagel und, ähm, ich mag es aber gleichzeitig auch nicht, wenn schwarze Rände unterm Nagel sind. Ich mag es aber auch nicht, wenn was abgeplättert ist. Ach, ich weiß, ich habe voll den, weil am liebsten hätte ich gar keine Fingernägel, ne? Auf jeden Fall ist das aber die Farbe Party Animal. Und, ähm, ja, das ist so ein schöner, natürlicherer Ton, der halt auch nicht unbedingt krass auffällt, wenn wirklich was abgesplittert ist und auch nicht ganz so krass auffällt, wenn man ihn drauf hat, ne? Es ist einfach nur das, ich benutze halt Nagellack gerne, um hier diesen Übergang vom Nagelbett oder Nagelende bis Nagel, wo der rauswächst, aus dem Finger zu kaschieren, weil, ähm, ich kriege einen Tick im Kopf. Wenn ich sehe, da ist dann Dreck drunter, dann kriege ich einen Tick und muss diesen Nagel abfressen. Deswegen überliste ich mich dann so ein bisschen, bisschen so gut es geht eben selbst. Dann habe ich mir noch hier eine Fall Slash Boom Mascara Waterproof von Trend It Up geholt. Falscher Wimperneffekt. Und, also, ja, ich habe mittlerweile so viele Mascaren, aber ich habe momentan auch so einen Verschleiß an Mascaren. Ich musste jetzt neulich drei Stück wegwerfen, aber war leer, ne? War leer. Ich habe mit, ich habe, normalerweise hält bei mir ein Mascara. Okay, ich wechsle aber auch nicht. Ich habe jetzt wahrscheinlich fünf, sechs Mascaren, die ich immer verwende und immer abwechselnd. Ja, so alle sechs Monate wird mal einer leer, ne? Aber dann brauche ich halt auch wieder neun. Aktuell habe ich nur noch vier oder so in, nur noch vier in Ampo. Aber ich kaufe immer nur die Billigmarken, von daher fällt das jetzt nicht ins Gewicht. So, Vollflash Mascara. Die wisch- und wasserfeste Mascara verleiht einen falschen Wimperneffekt. Mit der gebogenen Silikonbürste lässt sich die Textur optimal auftragen und sorgt für intensiv geschwungene Wimpern. Mit pflegendem Balm-Nussextrakt kein Verklumpen. Verklumpen. Der Wimpern möglich für Augenärztlich bla bla. Ja, was ich nochmal gerne hätte, ist eine Mascara mit so Fibers drin. Mit so, ja, mit so, mit so, die Bürste ist so ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen flexibel. Mir ist es auch total mittlerweile, ich hatte eine ganze Zeit lang nur die Orangene von Essence, nur die Orangene. Aber ich bin auf wasserfest umgestiegen und dadurch habe ich mich mal so ein bisschen probiert. Bin mittlerweile tatsächlich auch ein Freund von Nicht-Silikonbürstchen, also diese ganz normalen Bürstchen oder auch von diesen geringelten. Also mittlerweile komme ich, liebe ich alle Mascaren und vor allen Dingen, ich habe halt überhaupt gar keine Problemaugen oder Problemwimpern. Meine Wimpern kommen mit jeder zurecht. Aber ich würde echt gerne nochmal, ähm, die Teleskopik, die gab es übrigens früher schon mal, die war nur anders verpackt, soweit ich weiß. Die war nämlich Silber und hatte wie so Stufen, oder hieß die gar nicht, oder hieß die Kaleidoskop. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es so eine schon mal. Die sollte auch mächtig Wimpern machen, ich kann mich, da war ich 14 oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass die jetzt noch krass war, aber die Teleskopik, die hätte ich echt gerne mal. Oder eine mit diesen künstlichen Fasern drin, wo man diese Fasern dann aufs Auge macht. Ich hatte mal eine, die war aber dann, die hatte aber sehr, sehr klumpige Wimpern gemacht. Dann gibt es ja noch dieses Unique, kennt ihr noch Unique? Die haben ja da, die sind ja bekannt für diese Mascara, aber die waren mir mit 20 Euro immer zu teuer oder mittler oder über 20 Euro. Von daher habe ich die nie getestet. Aber so eine hätte ich gerne noch. Haben die, gibt es von so einer billigen, ich habe mich jetzt noch nie, ich greife immer irgendeine Mascara, die mich irgendwie anspricht. Aber wisst ihr, hat irgend so eine Billigmarke, Katrice, was weiß ich, Stranded Up oder, 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 haben die irgendeine Mascara mit so künstlichen Fasern? Bitte, wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil möchte ich echt gerne haben. So, und das letzte Produkt ist hier, Katrice, das ist aus der neuen Limited Edition, die heißt Beautiful You, alles andere hat mir nicht gefallen, und zwar das Rouge und ich habe die Farbe, das ist ein Cream to Powder Blush, also ich, früher hieß es mal Rouge, Rouge, jetzt heißt es Blush, die 02 habe ich, Tread Yourself, und zwar ist das die dunklerere Farbe, die andere war, glaube ich, ein bisschen peachiger, auf jeden Fall wollte ich aber ein ganz knalliges Rot, ach, hier ist noch, hier ist noch dieses Schutzding drauf. Ich habe die nämlich im Laden getestet und meine noch nicht geöffnet, aber, ach, das ist das Problem jetzt mit so langen künstlichen Fingernägeln, ich bekomme das Ding jetzt, das ist hier so festgeklebt, das ist ein Aufkleber quasi, und ich kriege den jetzt nicht ab, also ich kriege den nicht gepackt, oder, hier drunter hebeln, doch, ich habe es, nee, ach, Mann, ich war kurz vorm Ziel, jetzt habe ich es geschafft, ja, falls ihr mich sehen solltet, ich habe gerade eine Runde Bubu gemacht und bin heute umgeschminkt, also, ja, ich sehe aus wie ein Schreckgespenst, auf jeden Fall, da haben wir den Rouge, und das ist so eine, ich mache ein bisschen mehr, eine Crème, und wenn man das jetzt hier aufträgt, okay, es gibt jetzt nicht viel Farbe ab, aber auf jeden Fall, wenn man es aufträgt, ist es direkt Puder, man muss halt auch ein bisschen mehr nehmen, so, dann mache ich direkt weiter, weil wir sind erst bei 18 Minuten, müssen wir nicht ganz so lange rummachen, machen wir ein Video, im Aldi, glaube ich, war das, oder, im Lidl, nee, im Aldi, habe ich mir nochmal die hier mitgenommen, ich habe davon auch noch eine Packung, aber immer, wenn es die mal gibt, möchte ich die haben, ich glaube, 2,99 Euro, 25 Blatt, 25 Etiketten, also, die sind auf vier Klebebögen quasi, die kannst du bedrucken mit einem normalen Tintenstrahl, mit einem Laser, die kannst du auch kopieren, die kannst du dir zurechtschneiden, wie du willst, was weiß ich, hier gibt es auch noch Etikettenvorlagen, kannst du dir noch downloaden, kannst du dir noch Adresslabels rausmachen, was weiß ich, und 25 Bögen für 2,99 Euro, finde ich, ein sehr, sehr guter Preis und permanent haftend, und da kannst du dir deine eigenen Sticker rausmachen, da kannst du mit der Jellyplate rummatschen und dir, ja, Matschpapier machen oder deine eigenen Hintergründe und kannst du direkt aufkleben, liebe ich, liebe ich, brauche ich auch immer. Ja, so, dann habe ich hier noch ein paar Servietten, die waren im Sonderangebot, weil die haben, glaube, die hier weiß ich jetzt nicht, doch, klar, glaube schon, die waren halt runtergesetzt, weil, ja, Sortimentswechsel, die hier, die hier, ich glaube, die Packung nur 50 Cent, und ja, ich habe viele Servietten, aber, ja, die wollte ich auch erst nicht mitnehmen, weil die, ja, jetzt nicht ganz so schön, es ist niedlich, aber da hätte ich jetzt nur 2, 3 Servietten von gebraucht, aber dann kann man halt da mal mit Sachen einpacken oder so, und Hiti hier, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, aber die ist halt auch niedlich, ne, wie gesagt, kann man mal was mit einpacken. Dann habe ich, mal wegwerfen, dann habe ich eine Hippie hier noch gekauft, die sind von Shein, und zwar sind das Silikonmolds, Silikonformen für Kugelschreiber, einmal für diesen halbrunden, für den eckigen und für noch irgendeinen anderen. Ich wollte nämlich, ja, ich möchte nächstes Jahr oder dieses Jahr auch wieder mit Harz anfangen, aber halt nur draußen und im Sommer, noch im Balkon halt, und dann möchte ich auch Stifte gießen und, aber, ja, Stifte. So, und dann habe ich einer Freundin was abgekauft, und zwar diese wunderschöne Gorgeous-Puppe. Och, Mann, und das Blöde ist, ich habe die gesehen und dachte, ich mag ja eigentlich keinen Kitsch, aber das hier ist mein absolut Lieblingsmotiv von Gorgeous, das hier mit dem Hasen, das ist mein absolutes Lieblingsmotiv. Und ich habe jetzt erst gesehen, oder als ich das bekommen habe gesehen, dass das duften soll, das duftet. Ja, und ich habe hier den Hasen, ist ein bisschen fragil, muss man am besten mit ein bisschen Kleber sich zusammen machen, und hier ist das Heftchen dazu, und dieser Hase, I love you, little rabbit, ähnelt dem zarten Duft der Lilie, einer Blume, die so rein weiß und zart ist wie die beste Freundschaft. Der Lilienduft dieser Gorgeous-Figur wird dich an friedliche Momente mit deinen Freunden erinnern, in denen ihr euch nur anzusehen brauchtet, ohne dabei ein einziges Wort sprechen zu müssen. Wahre Freundschaft braucht keine großen Pläne, um perfekt zu sein. Es genügt, gemeinsam Zeit zu verbringen und aufeinander Acht zu geben. Der Lilienduft wird dich inspirieren, dir deine eigene Welt zu schaffen, so einzigartig und künstlerisch, wie die deiner parfümierten Gorgeous-Freundin. Ja, der Duft ist ekelhaft, muss ich gar nicht weiter was zu sagen, der Duft ist ekelhaft, und ja, und zwar, hier die Figuren, die gibt es alle noch, und was ich total gerne hätte, hier leuchtet auch sogar eine im Dunkeln, zwei leuchten im Dunkeln, oder hier dieser Pott, der Pott, den sie da in der Hand hat, leuchtet im Dunkeln, und hier leuchtet die Krone. Also, welche ich jetzt noch total gerne hätte, ist die hier mit dem Gruselhasen, also die blaue, und daneben wie mit der Katze. Die beiden, die hätte ich noch total gerne, ja, muss ich doch gestehen, die beiden hätte ich noch gerne, hier die White Rabbit eventuell, aber mir geht es hauptsächlich um die Tiere. Die anderen, und nö, nö, nö. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr süß, und das bleibt jetzt auch direkt aufgebaut, wenn der Hase hier nicht wieder abfällt, wie gesagt, ein bisschen Kleber dran mache, glaube ich, dann ist es besser, und die wandert gleich ins Wohnzimmer, wenn die dann endlich mal stehen bleibt. Meine Fresse, jetzt reicht es mal. So, und jetzt kommt noch ein She-In-Haul, da habe ich nämlich ein paar Beauty-Accessoires. Ich räume mal kurz hier alles in die Mitte, auf den Tisch, damit ich nicht mal knistern muss. So, und ich habe uns mal kurz Licht angemacht. So, ich habe gekauft dieses Teil, da seht ihr meine Küche, und zwar, ich halte es mal andersrum, und zwar ist das eine Mix-Palette, da war noch dieser Spatel, und da könnt ihr euch hier mit dem Spatel ein bisschen von eurer Creme oder Make-Up oder so hier drauf machen, eine Farbe, was weiß ich. Man kann jetzt mal den Concealer mit Lidschatten mischen, um sich so eine eigene Lidschatten-Base zu machen, damit das auch schon mal dem Lidschatten angepasst ist, oder ihr könnt Creme mit eurem Serum mischen, oder was weiß ich, und dann könnt ihr das hier von dieser Tablette, äh, Tablette, von dieser Palette dann eben abnehmen, oder ihr könnt es natürlich auch zum Basteln nutzen, kommt drauf an, was ihr mögt. So, dann habe ich mir diese Box hier gekauft, die geht halt nur immer auf, aber es macht nichts, die landen gleich eh bei mir alle in eine Box, und zwar sind das 10 Beauty-Schwämme, und die sind alle ganz normal rund, ganz normal rund, die haben keine abgeschrägten Ecken oder so, und die fühlen sich sehr schön an, die sind nicht hart, die sind, ja, die fühlen sich schon mal gut an, ich bin aber kein Profi, was solche Schwämme betrifft, ich sage euch nur, die fühlen sich schön an. So, dann habe ich mir das hier geholt, das gab es auch in mehreren Farben, aber das ist ein Rouge, ein Blush, und ich, ähm, bin halt der kräftige Typ. Das ist die Farbe Scarlet Sunset, Cherry Color Jam, und das ist auch, wie das von Essence gerade eben, das ist ein Mousse, guckt mal, das ist schon halt viel, viel extremer, als das Catrice, und schaut euch das an, also, ja, boom in your face, ne, und das war ja echt nicht viel, was ich benutzt habe, das ist, das ist wirklich krass, also ich muss euch wirklich ehrlich sagen, diese Shein Schminkprodukte, die sind so krass, ähm, bis jetzt fast alles, eine Lidschattenpalette war jetzt so lala, das war aber auch eine pastellige Lidschattenpalette, okay, Pastelltöne decken meist nie so gut, oder zwar, Lila ist meistens ein bisschen fleckig, aber es waren die Lippenstifte, oder Hitters hier, das ist einfach boom, ne, das ist einfach krass, und die Inhaltsstoffe sind auch jetzt nicht verboten oder schlimm, also nicht schlimmer wie in Deutschland, das ist wirklich eine krass, krass, krasse Qualität, also hier dieses Farbergebnis, da müsste ich mit dem Catrice sonst was weiß ich, wie oft hier rumwühlen, guckt mal, das ist ja schon eine ganz andere Textur, das seht ihr, das ist generell ja von Natur aus schon durchsichtiger, wisst ihr, wie ich meine, das ist eher wie Lipgloss, und Hitters hier ist richtig Farbe in die Presse, das ist, das ist boom, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist krass, krass, ne, es ist wirklich, es gehört verboten, so krass, es ist wirklich krass, so, dann habe ich diese Dinger hier gekauft, Make-up Schwämmchen, weil ich dachte, oder Quasten, das sind ja Quasten, weil das kann man halt auch ab und zu mal gebrauchen, gerade für unters Auge oder so, da kann man auch schön zwei Finger reinmachen, ja, fühlt sich schön weich an, ist schön, ja, und ich wollte, ich mag diese Form halt, ich denke mal, das ist handlicher als die Runden, wobei die Runden, die Runden habe ich nicht gekauft, ja, ich habe aber noch Rücken hier und die, die Shein-Produkte, die sind ja so süß verpackt, werdet ihr jetzt gleich auch noch sehen, okay, klar, der eine oder andere denkt sich jetzt, oh, schön, unnötiger Plastikmüll, ja, aber es, eine Verpackung macht trotzdem immer was her, so, dann habe ich noch die und die fühlen sich an wie so ein Mikrofaserschaumstoff, die haben, die sind, also die anderen sind so plüschig und die sind wie so ein Waschleder, die fühlen sich an, ja, wie so ein Fensterleder, ne, so, die gibt es dann hier viermal in groß und dann, haltet euch fest, also wie niedlich ist das, bitteschön, ich muss die mal gerade hier rein tun, die sind, ihr habt gesehen, die sind auch nicht ganz rund, die sind auch minimal eckig und guckt mal, wie süß ist das denn bitte, extra für ein Fingerchen, oh nein, wie süß sind die bitte und nur wegen diesen kleinen wollte ich es halt haben, oh, die sind so süß und ich glaube, die großen werde ich auch gar nicht benutzen, ich werde auch nur die kleinen benutzen und ich lasse die auch hier in dieser Dose, weil da passen die hervorragend rein und die kriegt man da auch immer wieder gut rein, hier die Dose, da ist sie schon wieder offen, die hält halt überhaupt nicht dicht, das ist auch keine, die man zudreht, die ploppt man einfach zu, aber die hat gar keinen Widerstand, also da, und jetzt ist mir das schon wieder ausgekippt, ja, also das Ding hier, also die Box, die ist echt Mist, die fliegt auch tatsächlich in den Müll, boah, wisst ihr was, ich bin ja auch mit dem Bastelzimmer am aufräumen, wie gesagt, fast fertig, boah, fünf Umzugskartons mit Dosen und Verpackungen, und das Schlimme ist, ich habe halt viele auch davon gekauft und kann man dann halt nicht wegwerfen, weil wenn ich was gekauft habe, werfe ich es ja nicht weg, aber zum Beispiel von Nudelsalat, so kleine Eimerschen, ja, total geil, die sind durchsichtig, super riechen auch nicht, ja, aber alles habe ich jetzt, ich habe alles weggeworfen und die, die ich nicht gebrauchen kann und mal gekauft habe, ich habe von diesen Flechdosen aus dem Bulbe für einen Euro mit Hasenmotiv und Weihnachtsmotiv ganz viele und da werde ich dann einfach, wenn ich mein Bastelzimmer wieder in Ordnung habe, möchte ich halt auch wieder mit Tauschpost, Ü-Post und so anfangen und dann werde ich da einfach dann, ja, Sachen reinpacken oder wenn ich in meinem Shop wieder anfange und jemand bestellt für eine größere, also eine größere Bestellung, dann packe ich da alles schön in eine Box, weil dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe, ihr freut euch und oder derjenige, der das bekommt, freut sich, weil das ist ja kein Müll, das sind neue, frischgekaufte Boxen und ich bin sie eben los und sie haben einen guten Zweck erfüllt. So, dann habe ich mir bei Shein noch diese Teile bestellt und davon werde ich mir auch noch mehr bestellen, weil die sind ultra geil. So, Hitta ist jetzt einmal eine Packung, ich glaube mit 50, jawohl, mit 50 Augenmasken, nicht Augenmasken, komplett Gesichtsmasken und zwar macht man die in ein kleines Gläschen, tut sein Serum drauf, wartet bis die, oder tut so viel Serum drauf, bis das sich eben, ja, vollgesogen hat und dann macht ihr das auseinander und macht so eure eigene Gesichtsmaske. Die sind total geil, sind 50 Stück, kosten, glaube ich, so zwei oder drei Euro und ja, kaufe ich mir auf jeden Fall noch mehr und die gibt es auch, glaube ich, irgendwo, genau diese, es gibt wiederverwendbare Augenspads, nur fürs unters Auge, aber es gibt die von Evelyn und es gibt die von Catrice, die sind überall ausverkauft, überall ausverkauft, ich renne schon seit Wochen in den DM und, ne, komplett ausverkauft, naja, und dann habe ich noch Hitters hier und zwar sind das 30 Stück und das sind Gesichtshandtücher, die sind einfach nur, wie groß sind die, 20 mal 22, das ist halt schön für unterwegs, Wasserseife und das sind halt Waschlappen für unterwegs, ja, sehr, sehr dünn, ne, aber trotzdem, guckt mal, man hat man, dann braucht man keine Waschlappen mehr mitnehmen, sondern kann so kleine Bonbons mitnehmen, klar, kosten jetzt auch zwei, drei Euro, so ein Waschlappen nimmt im Koffer nicht viel weg, aber die kann man mal schön in die Handtasche tun, für einen Disco-Besuch oder was weiß ich, einfach mal schön in die Handtasche, sieht ja auch besser aus, wenn man sowas in der Handtasche hat, als einen alten Waschlappen, ne, ja, ist schon praktisch, so, dann für sechs Euro habe ich mir noch das hier gekauft und das ist halt auch voll die süße Verpackung, ne, und es ist halt auch durch den Transport nicht kaputt gegangen und da haben wir, glaube ich, 22 Schwämme drin, so, wir haben da drinnen einen runden großen, der ist größer als hier die anderen, der ist wirklich groß, der, und der ist nochmal weicher und wenn die ja nass sind, ich habe jetzt auch erst gelernt, dass man die nass macht oder feucht macht, dann sind die ja nochmal größer, dann haben wir den hier, der ist abgeruhen, abgeschrägt und da muss ich sagen, die Abgeschrägten finde ich sehr geil, liebe ich und dann haben wir hier so einen großen, ja, mag ich auch sehr, wegen der Spitz, ja, aber ich habe eh noch nicht so den Nutzen und was weiß ich von diesen Dingern rausgefunden, ne, so, dann packe ich die hier mal alle aus, wir haben, wie ihr seht, Herzen, Herzchen, dann haben wir hier so kleine Ovale, dann haben wir hier wie so Häuser, dann haben wir ein ganz große Ellipse, da haben wir noch so eins, da haben wir noch dunkelgrün, dann haben wir hier ein Dreieck und wenn ich die jetzt nicht zum Schminken benutzen würde, könnte man mit den Dingern auch gut basteln, das ist noch so ein Torte, ach, das ist eine Torte, seht ihr, es hat hier noch rund und das ist Eck, da haben wir noch ein Dreieck und hier haben wir noch ein Haus, so, das ist die Ausbeute, ja, wie gesagt, wenn man die jetzt nicht zum Schminken benutzen würde, kann man die auch zum Basteln benutzen und ich muss auch gestehen, ich habe schon noch drei Packungen von diesen billigen aus dem Eck das sind diese hier und so längliche habe ich noch oben und viereckige, viereckige, flache, müsste ich mir auch mal eine Packung mit runter machen, weil eindeutig minke ich mich ja jetzt oft und deswegen kann ich die hier unten besser gebrauchen, ich lasse ja oben noch welche da, aber kann auch mir eine Packung nach unten nehmen, so, wir haben hier drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, ja, zweiundzwanzig, hatte ich noch richtig in Erinnerung, zweiundzwanzig, ja, sechs Euro, wie gesagt, gibt es auch noch in verschiedenen Designs, auch die Schwämme, die gibt es in verschiedenen anderen Formen, und jetzt kommen noch zwei Produkte, und zwar habe ich hier noch eine Tüte mit diesen hier, die kosten auch zwei, drei Euro, und zwar ist hier ein ganz kleiner Baby, ein ganz kleines Baby drin, hoch, Cola, Cola, das suche ich mal hier auf die Oberschale, dann haben wir hier den, ich mache das, warte, ich nehme Hitters hier als Hintergrund, so, und den hier, ich glaube meine Hand ist, ja, verunter, meine Hand ist besser, so, dann haben wir hier einen Runden, der ist aber hier ein bisschen abgeschrägt, ja, ist halt schwarz, sieht man jetzt nicht, hier haben wir einen Runden, der ist gar nicht abgeschrägt, einfach nur einen Runden, der hier, der ist von beiden Seiten, hier so angedings, der hier ist von beiden Seiten, aber er hier ist oben noch platt, und er hier ist komplett spitz, und es hier ist auch hier nochmal angeschrägt, ja, so, und dann finde ich ganz süß, ich wusste auch gar nicht, dass zwei kommen, zumindest ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, gibt es auch noch in verschiedenen Farben, und das ist so niedlich, das ist so, so niedlich, und zwar sind das hier so zwei kleine, ja, wie so Trinkbecherchen, super fashion, this is a gift for you, also das kann man halt auch super schön verschenken, unten noch mit Lüftungsdingern, und zwar sind da eben auch kleine, jetzt hätte ich fast das russische Wort gesagt, kleine Schwämmchen, und die sind halt auch mini, wir haben von HIT, die sind halt wirklich ganz goldig, ganz klein, hier diese mit den Rundungen, und diese ganz normalen, das waren ja jetzt zwei, vier, sechs, acht, so, und in dieser hier, haben wir noch einen großen blauen, ja, ja, ihr lieben Leute, und das ist halt geil, dass hier die Luftlöcher sind, weil wenn man den dann feucht hier rein macht, dann kann er nicht schimmeln, weil es ein bisschen lüftet, ja, ihr Lieben, das war's, aber reicht ja auch mal wieder, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, und für mein dummes Gebrabbel anhören, ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder, wenn ihr mögt, und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute, passt auf euch auf, tschüss!